Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema, welche Betrugsmaschen sind denn bislang so bekannt? Betrugsversuche über das Internet sind weit verbreitet. Die Betrugsmaschen variieren doch letztendlich geht es immer darum, die Opfer um ihr Geld zu bringen. Die Betrüger schrecken nicht davor zurück, persönliche Notfälle wie Krankheiten, Lebenswidrigkeiten, medizinische Ernstfälle oder Unfälle vorzutäuschen, um Mitleid zu erwecken oder an euer Geld zu kommen. Das ist ja der Hauptgrund. Per E-Mail werdet ihr ein Angebot erhalten oder man bekommt per E-Mail irgendwelche traurigen Nachrichten, Spendenaufforderungen und dergleichen. Die Millionen-Erbe kennt man. Es gibt Betrugsmaschen an der Haustür. Da gibt es ja auch jede Menge, wie zum Beispiel der Enkeltrick oder nach der Uhrzeit Fragen oder mittlerweile ja eher viel mehr nach einer Telefonnummer oder sowas, dass man mal nach einem Telefonbuch sucht. Tja, da gibt es eine ganze Menge. Bei Angeboten von Erbschaften, Schenkungen oder Lottogewinnen ist grundsätzlich von Betrugsversuchen auszugehen. Ja, Kontaktpersonen, die auf derartige Mails eingehen, werden in einem nächsten Schritt gebeten, Gebühren für Überweisungen, Anwaltskosten, Steuern oder Schmiergelder zu erstatten. Nach erfolgter Zahlung wird der Kontakt in der Regel einfach abgebrochen. Bei Internetbekanntschaften, das ist das gefährlichste von allen, finde ich, welche nach intensivem E-Mail oder Chatkontakt oftmals den Aufbau einer engeren Beziehung, um an euer Geld zu kommen. Also es gibt ja diese, ach, wie sagt man das, Hochzeitsbetrüger oder Liebesbetrüger. Sobald man denen Geld überweist, sind die natürlich auch jederzeit weg, das ist ganz klar. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. In vielen Fällen haben sich Bekanntschaften als Betrugsfälle eben herausgestellt. Sofern die deutschen Auslandsvertretungen in ihren Amtsbezirken bestimmten Betrugsmaschen in größeren Zahlen bekannt geworden sind, wird hier auch gehandelt. Das Problem ist, naja, es ist halt eben im Ausland und die Betrüger sind dann auch keine deutschen Staatsangehörigen. Demzufolge kann man die auch nicht nach deutschen Gesetzen jedes Mal verknacken, ist auch ganz klar. Das Bundeskriminalamt, die deutschen Polizeidienststellen sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnen auf folgenden eingestellten Seiten vor diesen Betrügern. Wie zum Beispiel die BaFin. Es gibt das bka.de, landeskriminalamt.de oder auswärtigesamt.de. In diesem Fall habe ich die Informationen vom auswärtigen Amt, also auswärtiges-amt.de. Des Weiteren habe ich noch bei polizeibinde-behartung.de auch nochmal einen kleinen Auszug gefunden, wie man sich vor Betrugsmaschen schützen kann. Die Maschen der Betrüger sind vielseitig. Betrüger gehen zumeist sehr raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Der Paragraf 263 des Strafgesetzbuches beschreibt Betrug als die Erlangung eines Vermögensvorteils durch die Täuschung anderer. Beispielsweise durch Vorspielungen falscher oder einfach falscher Tatsachen. Die Nepper, Schlepper und Bauernfänger, wie Zeitgenossen dieser Kategorie im Volksmund heißen, gehen zumindest oder zumeist mit großer Raffinänze zu Werke und richten häufig Betracht oder beachtlichen Schaden an. So vielseitig wie die Erscheinungsformen der Betrüger sind, umso vielseitiger sind auch einfach die Maschen, die man hier eben letztendlich vorfindet. Also Enkeltrickbetrüger gibt es, es gibt Lotto, es gibt Zeitschriften, Stromverträge, Gasverträge, jede Menge Betrug im Internet und am Telefon. Denn da ist heutzutage, eigentlich hat jeder bereits schon mal mit sowas Kontakt. Es gibt aber auch noch eine andere tolle Betrugsmasche im Internet. Oder was heißt toll? Eigentlich muss man da ziemlich vorsichtig sein. Das betrifft ganz oft eBay-Kleinanzeigen. Stellt ihr bei eBay-Kleinanzeigen Produkte rein, was weiß ich, zum Beispiel eine teurere Spielekonsole, irgendeinen teureren Computer, alles, ich sag mal so aufwärts 500 Euro. Und ihr macht dort den Preis 500 Euro rein und vielleicht auch Verhandlungsbasis, ist vollkommen egal. Aber alles, was teurer ist, erhaltet ihr in der Regel ziemlich schnell eine Antwort drauf. Meistens aus Bürger aus England, also angeblich zumindest. Die Bürgerschreibenden oder der angebliche Interessent schreibt euch dann, dass er da sehr großes Interesse hat an eurem Produkt und möchte dieses gerne kaufen. Da er im Ausland sitzt, muss er hier angeblich eine andere Bank benutzen. Das Ganze funktioniert so. Ihr sollt das Produkt schon mal zuschicken. Das kommt ja eigentlich schon mal gar nicht in Frage. Denn zuerst will man ja das Geld haben. Hier lassen sich die Betrüger oftmals ziemlich raffiniert etwas einfallen. Und zwar tun sie so, als würden sie von einer Bank euch eine E-Mail zuschicken. Das heißt, sie fragen euch vorher nach eurer E-Mail-Adresse. Gebt ihr denen eure E-Mail-Adresse. Schicken die euch dann eine angebliche Überweisung oder einen angeblichen Überweisungsträger, wo denn draufsteht, dass sobald an die E-Mail-Adresse der Versandbeleg, also dass ihr es schon abgeschickt habt, das Paket, dann wird angeblich das Geld erst freigeschaltet. Naja, ist es nicht eigentlich so, dass wenn man Geld überweist, dass es auch sofort ankommt? Welche Bank kümmert sich darum, dass man erst einen Beleg dafür braucht? Das ist das Riesenindiz dafür, dass das Betrug ist. Oftmals fällt man dann darauf rein, verschickt sein Produkt, weil man hat ja die E-Mail, dass das Geld bei der Bank angeblich angekommen ist und die Bank wartet jetzt auf den Beleg, dass ihr das Paket verschickt habt, um dann die Transaktion freizuschalten. Und was passieren wird, ist klar. Ihr werdet einfach von dem nie wieder was hören und von der angeblichen Bank auch nicht. Der freut sich nur, wenn er von euch den E-Mail-Beleg hat, dass es verschickt wurde, das Paket. Im Grunde genommen möchte er dieses Produkt selbst danach bei eBay reinstellen und verkaufen und damit dann die volle Summe machen. Das heißt, ihr schickt ihm ein kostenloses Produkt zu, was vielleicht ein paar Hundert bis ein paar Tausend Euro gekostet hat. Es gibt wahnsinnig viele Betrugsmaschen. Zum Beispiel gibt es auch Betrugsmaschen beim Autokauf. Ihr kennt es vielleicht mit den kleinen Zettelchen, die man oftmals an der Scheibe stecken hat. Diese grässlich-nervigen Visitenkarten. Da steckt auch gerne mal eine Betrugsmasche dahinter, dass man, tja, angeblich Geld für sein Auto bekommt. Aber naja, mit raffinierten Tricks kommt man dann an euer Auto und ihr habt gar nichts dafür gesehen. Oder allenfalls vielleicht 150 Euro, dabei war die Karre viel mehr wert. Ihr müsst einfach nur mal bei eurer Autowerkstatt das Vertrauens nachfragen. Wenn das Auto eigentlich keinen Wert mehr hat, kann man das Auto ins Ausland verschicken. Viele Länder freuen sich noch über diese Autos, weil die da quasi Luxuskarosserien sind. Hier in Deutschland sind sie abgefahren. Es gibt aber Länder, die eben nicht so viel Geld haben und die freuen sich darüber. Die reparieren sich das Auto irgendwie selbst aus tausend Einzelteilen und sind da froh drüber. Deswegen kriegt man Autos über eine Werkstatt viel, viel günstiger eigentlich los. Beziehungsweise für euch günstiger, weil ihr bekommt mehr Geld dafür. In der Regel, so wie ich es persönlich kenne, liegt es so um die tausend bis zweitausend Euro, die man da dann sogar noch bekommt. Also deutlich höher als die Angebote der Straßenverkäufer. Mit den 150 Euro, die man da oft hat. Es gibt aber noch andere Betrugsmaschen mit Auto in Verbindung. Ihr seht ein Angebot bei Ebay und habt ein tolles Auto gefunden, das ihr haben wollt. Und der Verkäufer, der hat angeblich so viele Anfragen, dass er darum bittet, eine Vorabüberweisung schon mal zu überweisen. Das dient auch nur dazu, um diese Vorabüberweisung zu bekommen. Es steht gar kein Auto zu Verkauf. Und dann gibt es da noch die Schlüsseldienstabzocke. Ihr habt einen Notfall, kommt in eure Wohnung oder in euer Haus nicht mehr rein und googelt dann ganz schnell nach irgendeinem Schlüsselnotdienst. Und die kommen dann auch. Und greifen, oder ihr dürft dann dafür für diesen Sondereinsatz richtig tief in die Tasche greifen. Auch hier sollte man Vorsicht walten lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Betrugsmaschen kennt. Und lasst uns in den Kommentaren darüber gerne diskutieren. Ich hoffe, euch mit diesem Infovideo ein kleines bisschen weitergeholfen und aufgeklärt zu haben. Denn die Maschen, die gibt's. Es gibt noch viele weitere Maschen. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären. Umso mehr oder umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch dieses Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen und natürlich auch in den Kommentaren. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du möchtest, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!